Guten Morgen miteinander, ich bin da gerade aufgestanden und ja, wie ihr wisst, habe ich ja vor, eine Karte zu bauen, also bauen, basteln, für das brauche ich zuerst mal einen Kompass, ganz klar, Eisen, aber wichtiger ist, Redstone. Wundert euch nicht wegen meiner Stimme, ich bin noch ein bisschen müde, das ist wirklich morgen früh, ich möchte die Folge jetzt haben, dass ich dich herunterladen kann, dass ihr auch etwas zu schauen habt am Samstag, für die, die am Morgen schauen, schaut es am Morgen, für die, die am Abend schauen, schaut es am Abend, das möchte ich euch freilassen. Ich bin schon als Glückskind getauft worden, allerdings glaube ich dir nicht wirklich, dass du vier Tage gar nichts davon gesehen hast, da hast du doch einen Kabis, den du mir da willst angeben. Du hast sicher schon etwas gefunden, so einen Enderman oder so. Wow, aber ein riesiges Isenlager, lässig. Sehr lässig. Jetzt fällt noch nur Ready. Aber so, wenn ich ein Glückskind bin, laufe ich wahrscheinlich jetzt dann gerade noch da her, dran her, sorry. Ich weiss, ich weiss nicht auf dieser Stufe, aber auch so auf diesem Level. So, ich hätte ja gerade gehört beim Wasserfall, aber dann wäre ich noch weiter unten. Ich höre allerdings keine Zombies, nichts. Easy ist eingestellt. Hm. 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 Ich weiss nicht, irgendwie finde ich das Lied, äh, Lied, das Lied ein bisschen kacke, habe ich schon mal gesagt. Es stresst mich ein bisschen, ich hätte lieber alles so, so wie da. Hm, hm, hm. Sonst müsste ich so viel Fakken machen. Nein, danke. Noch mehr Isenlager. Geht ja richtig ab da. Aha. Ein Skeletti. Hm. Nervt mich gerade ein bisschen, weil ich doch runter. Hm, 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 hm. 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 Okay, dem Fall ist er weg. Aber dem Fall gehe ich auch zuerst dort rüber jetzt. Oh, die Musik von Minecraft ist ja da drin, hm. Hm, hm, hm. Zack. Braucht man nicht bei mir. Und da hat er schon wieder Isenlager. Schön, schau dir das an. Schau dir das mal an. Die Härte. Ist das bei euch jetzt neu auch so krass? Oder bin ich wirklich ein Glückskind? Glaube ich zwar nicht, weil so Games habe ich meistens Pech. Ja, und in der Liebe auch, wo wir es gerade von dem haben, wenn man sagt Pech und der Liebe, Glück im Spiel oder umgekehrt. Trifft mich alles nicht so. Überall Pech. Ah, komm. Schiesst doch in die Wand, ja. Ich brauche noch einmal. Ich will dann auch was mit den Pilzen gleich austesten. Und EP will ich auch. Für was auch immer. Oh, da will ich. Schöne Höhle. Vorne geht es wieder raus. Egal, nehmen wir nachher. Ich hole mit und dann gehen wir mal dort runter. Zum Wasserfall, allerdings. Der Redstone ist ja bekanntermaß ein bisschen weiter unten. Oder ich weiss das einfach falsch. Egal. Sorry, wenn es gerade ein bisschen dunkel ist, aber ich möchte jetzt auch nicht noch eine Fackel verschwenden, weil ich es sowieso wieder rausgehe. Kohle am Anfang immer notwendig haben. Okay. Nichts. Oh, ich so. Gehen wir mal hier runter. So, noch geschwind. Kurz saufen. Ja. 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 Genau, Sprinten kann man ja noch. Aber ich sprinte jetzt da nicht rum. Da ist irgendwo noch... ...Skeledy-Bui. Mehr Kohle, mehr Kohle, ich muss viel Eisen schmelzen oder brauche ich auch viel Kohle. Ganz klar. ... 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 Ich gehe einfach mal weiter an Boa. Ich frage mich, ob hier auch Andermans leben. Ja, schiess auf die Spinnen los. Ah, dann schiessest du nicht wieder in die Mühe. Dann komme ich halt zu dir. Gut, die Kohle lasse ich jetzt. Jetzt hat es sowieso genug. Ey, geh noch vorwärts, 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 los! Gut, hier unten, Kai. Redstone. Jetzt ist es noch ein wenig weiter unten. Ich suche einfach mal ein wenig weiter. Lauf rum. Dort ist wieder Eis. Oh, die nehmen viele. Die nehmen viele weg. Oder war das jetzt, weil ich so nahe dran stand? Egal, auf jeden Fall bin ich gestorben und muss mir das Zeug wiederholen. Traurig aber wahr. Nein. Der erste Creeple ist tot. Hier liegt noch ein Zeugs von mir rum. Und Gold sehe ich da auch noch. So. Sofort, sofort. Sofort, sofort. Ich hoffe, es schleicht sich nicht gleich wieder einer von den besten Ardinius an. So. Gut. Überall hängt wieder Eisen rum. Gold am ersten Grabe-Tag. Sofort. Herrlich. Okay. Okay. Okay, okay. Das ist das für eine strange Höhle. Und dann hier eine Zauber. Da. Hm. Sehr schön, Lapislazuli, die ich für nichts brauche. Aber wirklich für nichts. Das letzte Mal war es so sinnlos, in der letzten Staffel, dass ich einfach ein E daraus gemacht habe. So sinnlos. Ah ja, komm. Ich habe genug bekommen. Für den Moment. Yes, dort ist es. Ich habe alles voll. Ja, die erste Lava. Sorry, ich habe die weise Aschma-Zeug. Gut, nehmen wir hier ein paar mit. Für den Kompass. Und dann für die Karten. Da kann eigentlich das Umwandern schon bald losgehen. Für die Nacht. Ich werde wahrscheinlich immer mein Bett mitnehmen. Immer ein kleines Hütchen bauen. Oder gerade eine Höhle zumauern. Oder sonst was. Wenn ich ans Ende der Karte komme. Dann mache ich einfach ein neues Benchwork. Neue Karte. Und die ist dann von dort aus gespeichert. Also dort wo die Karte erstellt ist, ist ihr Mittelpunkt. Und somit kann ich immer weiter gehen. Von Stützpunkt zu Stützpunkt. Ja, vielleicht muss ich dann mal wieder zurück oder so. Ich weiss das doch auch noch nicht. Wie das denn wird. Nein. Nein. Gut, das isse nehme ich nicht. Wie geht das? Wenn das geht. Uff, uff. Ach, ich lasse. Ist mir zu unsicher. Ich sehe noch anderes isse. Ja. It's raining iron. Halluja. It's raining iron. Hey Kompass. So, wo das reicht für den Moment. Hat sicher noch mehr rum. Ich weiss, ich weiss. Egal. Ich mache immer nur das Nötigste. Ich muss einfach noch rausfinden wieder. Ah. Ich würde mal sagen, da bin ich auf dem richtigen Weg. Ich nehme es noch mit. Was man hat. Das hat man. Und ich habe mega viel von dem. Ich habe fast einen Stack gefunden. Erinnert. 10-15 Minuten. So. Tauchen wir da rauf. Ich hoffe das geht noch. Warum nicht? Mal ein bisschen die Luft schnappen. Mal Luft schnappen. Mal! So. Aha. Das ist das Problem. Ich glaube da. Und schon wieder Nacht. Gibt es das? Da bin ich doch nicht so lange oben gewesen. Stehen wir so schnell los, komm weg, komm weg. Creepy, creepy, creepy! Das war recht unfailig. Ah, da kann man durchlaufen. Aber viele bleiben drin stecken. Ja, nein! Ich war völlig fasziniert von den Andys. Von den Andys, von den NDVBs. Wo ist mein Schwert? Ich muss mich doch verteidigen gegen den Zombie und den Creeper. Ja... Du bist doch ein Lässiger. Das ist mir echt viel mehr, schade. Viel mehr Nachtaction. Dort unten. Dort ist mein EP-Zeugs. Was machst du mit diesen Blöcken, sag mal? Ah! Was machst du mit diesen Blöcken? Ah! Ich kann doch sie runtergehen. Okay, wieder eine neue Höhle. Da will ich jetzt mal nicht rein. Da habe ich alles. Kohle, Eis, Gold. Ja, ich glaube ein Schaufel, Zweiecks. Ja. EP habe ich wahrscheinlich viel verloren. Aber egal. So, jetzt zeig ich mir dem doch mal. Hoi! Hoi! Ehhh! 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 Enderpern! Ja, ist gut. Ich habe es begreif. Ich gehe als erstes rein, bevor ich das Zeug runtergehe. So. Es klingt wie Dings. Wie teuer. Fleisch. Ja, ich schaue mir lieber das, ehrlich gesagt. Also, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Mal, das brauche ich eigentlich. Ich will nämlich was testen. Und Big Pilze. Kohle kann ich immer brauchen. Das kann ich immer brauchen. Also, das so. Das verarbeiten kommt da überall, oder was auch immer. Erde brauchen wir nicht. Umsetzeln brauchen wir nicht. Das brauche ich auch nicht. Gut. Was ist das bloß? Enderpern. Ja, ja. Ihr seid sicher so fleissig und habt das schon alles nachgeschaut. Ihr könnt mir das sicher sagen, was ich da mit dem machen kann. Hä? Gut. Da habe ich meinen Kompass. Ja, wahrscheinlich machen wir gerade zwei. Ich muss ja. Einer für die Karte und einer für die Dings. Zuerst mal pennen. Gut Nacht.